Es ist zwar nicht so dick, aber das ist doch schon mal ein wunderschöner Anfang für die Wildecker Herbstruhe. Also wenn Sie Karneval noch mal als Wildecker geben wollen oder Sie können vielleicht auch bei uns am Theater mal vorsingen. Genau, und falls Sie nicht reinpassen in ein Sofakissen, das ist immer Bomber. Genau, oder hinten einfach noch ein paar Bier, dann wird das vielleicht auch noch was mit uns auch heute. Ja, genau. Oder Preckige. Also ich würde mal sagen, das machen wir gleich im Doppelpack, hier ist noch ein passender Gürtel. Ja, da passen wir zu zweit rein. Zu zweit rein. Zieh ein Mädchen Zwillinge, wird dann auch gehen. Ja, das haben wir später noch, glaube ich. Ja, stimmt. Wer bietet 5 Euro? 5 Euro für die zwei Kostüme zusammen. Hey, die ersten 5 Euro. Wer bietet 10? Sehen wir hier noch 10? 10 für die Wildecker Herbstruhe. 10. Die kennt hier keiner. Wir haben einfach ein hervorragendes Typhnikum, was an Volksmusik nicht orientiert ist. Nee, eher klassisch. Schade fürs Kostüm. Ja. Es ist wirklich ein tolles Kostüm. Es fühlt sich auch sehr gut an, sehr geäumt. Vielleicht sehen wir doch noch irgendwo... Sehen wir vielleicht 10 Euro irgendwo. 10 Euro? 10 Euro? War das noch ein? Wo? Da hinten? Nein, aber die traut sich nicht. Traut sich nicht? Die traut sich nicht. 10 Euro für zwei Kostüme. Wo sind wir? 10 Euro? Ah. Ja, 5 Euro zum ersten. 5 Euro zum zweiten. 5 Euro zum dritten. Das war cool. Und wenn man dann mit dieser Hose ganz früh morgens zur Arbeit geht oder sowas... Man friert nicht, man wird gesehen, Unfallgefahr ist somit beseitigt. Also dazu kann ich jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Das war das Stück Schöne-Helle, ne? Stimmt das? Ja, ne? Und das Kostüm war eigentlich auch für ihn gemacht. Und das kam aber nicht auf die Bühne. Es kam auf die Bühne bis zur zweiten Hauptprobe. Und dann wurde entschieden, nein, wir machen das nicht so, wir regeln das ein bisschen anders. Es wäre zu lustig gewesen. Und das hätten wir den Zuschauern nicht zumuten können. So ist das Kostüm dann frisch gemacht direkt in den Furnus gekommen. Und von da kommt es jetzt direkt hier auf diese Bühne, um hier doch ein schönes Gebot. Vor allen Dingen, es ist kracht neu. Es ist einmal getragen. Was denkst du, Markus? Na, ich guck mal eben durch. Es ist komplett gefüttert. Hat einen schönen, breiten Ledergürtel. Ledergürtel. Echt Leder. Und ein wunderschönes Büschfell. Ich glaube, einfach in der Bewegung kannst du mal so ein bisschen hüpfen. Das ist doch schon irre Kostüm, oder? Also, da fangen wir gleich mal mit 10 Euro an. Wer bietet 10 Euro? 10 Euro. 10 Euro in der ersten Reihe. 15 Euro. Wer bietet 20? Ist das eine 20? Sehr schön. Sehe ich eine 25? 25. Dankeschön. 25 Euro. 25 Euro. Sehen wir da noch 35? Sehen wir die 35? Da ist die 35. 35 zum Ersten. 35 zum Zweiten. Und? 40. 40. 40. 40. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wird dir warm? Bisschen. Du freust dich im Winter. Garantiert. Wir sind bei 40 Euro. 40 Euro. 40 Euro zum Ersten. 40 Euro zum Zweiten. Ja. Warte mal. Hast du was gesehen? Nein, das war was anderes. 40 Euro zum Dritten. Vielen Dank. Hier ist es auch wieder Größe. Eher 38. Weil die hat noch viel Platz drin. Mit Corsage. Eingearbeitete Corsage. Mit Stäbchen. Hilft auch ein bisschen. Ein schönes, blasses Pink. Ja, blass. Gleich changierend. Reine Seide. Reine Seide. Hast du eine reine Bildseide? Darf ich dich grad noch ein bisschen drehen? Das Publikum sieht das nicht? Wunderschöne Rosen. Mit Schleppe. Mit Schleppe. Also ein Traumkleid. Für, wo fangen wir an? Zehner. Oder? Zehner? So bin ich. Na okay, wir fangen wir mal mit 10 an. Wer bietet 10 Euro? 10 Euro die Dame. 15 Euro sind wir 50. 15. 20. 20. 25. 25. Wo sind wir 25? 25 die Dame. Sind wir 30? 20, 30. Wo sind wir 30? Hier hinten 30. 30 die Dame. 35. Wo bleibt die 35? Der Herr bleibt hinten 35. Vielen Dank. 40. 10 Euro 40. 40. Für ein wunderschönes Kleid. 40. Wo waren 40 Euro? Achst rechts. Ah ja. Sie müssen etwas vorkommen, damit wir sie besser sehen. 40 Euro. Sehen wir 45 Euro. 45 Euro. 45 Euro. 45 Euro. Irgendwie mein Interesse. 45 Euro für ein wunderschönes Kleid. Ja, 40 Euro zum ersten. 40 Euro zum zweiten. Und 45. 45 Euro zum ersten. Zum zweiten. 50 Euro zum ersten. 50 Euro zum zweiten. Und 50 Euro zum dritten. Das bleibt jeder den Herrn. Da möchte ich nicht wissen. Da möchte ich nicht wissen.